Los Jetzt gehts los, so ist es Herzlich Willkommen hier bei Klärungsnot beim Winter Wonderland Heute mit Holiday Escape Zur weihnachtlichen Special Runde Mit mir in dem Chubotrafen Und dem Hornedin Ja, Moin Leute, ich will aber sagen Holiday an Eis, wenn ich Holiday lese Ist lustig gemacht mit dem hier New Game bla bla, wie das aussieht, wie so Geschenkepäckchen da So, wir sind ein Schneemann, es geht bald ab Eine riesen Kugel verfolgt Eine riesen Kugel verfolgt uns Und wir müssen so viele mögliche Punkte einsammeln Genau, die Päckchen bringen 500 Die kleinen Kugel bringen nur 100 Und sehr weit gekommen ist doch 100 bis jetzt noch nie Das scheint auch nicht ganz so einfach zu sein Wenn du halt hängen bleibst, bist du am Poppes Die Kugel ist aber abarmungslos zu finden Ja, die ist eiskalt, die macht sich auch Die macht sich messer Lauf, kleiner Schneemann, lauf Lauf, kleiner Schneemann Nein, nein Aber du kommst da mal, Alter, nicht mehr weg Wenn du immer hängen bleibst, ist wirklich vorbei Naja, das ist so ein Geschicklichkeitsspiel Ah Kann dir auch wieder nur empfehlen Das sind aber noch in der Weihnachtszeit Lauf Schneemann, lauf Lauf Schneemann, lauf Der wird auch mal größer, kann es sein Ja Oh Gott Nein Ich muss weg Ja, oh Gott Oh, das ist aber schon noch mal bis zu weit gekommen Das ist bereits Na, das ist ja übel Aber das ist ja schwer dann Wenn du wirst auch nicht gleich machen Ne Aber es ist irgendwie geil, die Mucke Einfach mal, einfach mal den Berg runter Also ohne irgendwelchen Mist einfach rumrollen Soviel wirklich einsammeln Geil Ich mag manchmal so kleine Spiele Ja Auch Dann schreibt, äh, tut es euch mal unterlaut Dann schreibt es mal rein Wenn ihr es gespielt habt Wie viel Punkte ihr geschafft habt Ich würd's mal dazu Gibt's bestimmt wieder diese, diese Cracks Die dann hier, die Kugeln wirklich Das ist ja eigentlich wie so eine Linie gemacht Die du noch gehen kannst Ja Gibt's bestimmt Leute, die das in Krieg Auf jeden Fall Die musst du machen, VASD Also Ja Ich bin natürlich aber auch, was VASD geht Jetzt absoluter Lovertyp Oktober Das ist die Schlauze, die 2.4 wechselte Ja, trotzdem Z-Bürger, das hat sich als größer als Staubschrauflade Zinnessol Es dazu z yogurt Also wir brauchen Z, B, B, B Z, D, E, B Z, E, B, B, E, B Z, E, B, E, B, E, B, E, B, E Abt, E, B, E Und da verarschst du doch. Geh einfach mal kurz rüber. Na, ich bleib einfach hier drin. AHHHHH! Bleib doch! Wie da mit die Hände zappelt. Das lässt sich alles auch. Das ist ein nettes Game sowohl. Auf jeden Fall. Kannst's machen. So ein richtiges Run-Game halt. Ja. Gibt's auch auf dem Handy immer viel, ne? AHHHHH! Ja, da stell ich mir das Handy eigentlich auch nicht so schlecht vor. Und wir sind so rechts um und rüber. Ja. Ja, ja, ja. Meine Geschenke, die gebe ich nicht mehr her. Kannst du eigentlich, äh, kannst du eigentlich, äh, schneller machen irgendwie? Ja, ich muss noch unten. Ja, doch. Wenn ich nicht, wenn ich nicht noch unten drücke, bin ich langsam. AHHHHH! Eier, ist das übel. Das ist echt nicht ohne. Ja, ich bin doch nicht da. Doch礙 ça! Da ist das... Nein! Und die kurzen Aufnahmen und für so'n kleines... Boah, ist das ja auch ganz geil. Und trotzdem actionreich, aufregend. Auf jeden Fall. Lauf! Kleiner Zuckermann! Kugel, du kriegst mich nicht. Verpiss nicht. Nein. Kleiner Zucker, Mann. Okay, jetzt, jetzt. Aber jetzt. Das war der Run. Ich mag es. Ich habe so ein Gefühl. Kleiner Zucker, Boy. Zucker, Boy. Am Arschbaum. Am Arschbaum. Nein. Ich bin der Kleine. Kleine am Arschbaum. Nein, nein. Ich war gerade dran. Hey. Hey. Hey, hey, hey. Da regnet es. Bunker. Nein. Nein, lauf. 7, 6, Brunner zu 9,000. Lauf, boy. Oh ja, oh ja, oh ja, Baby. Ja, 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 ja. Ja, Skogel knackt, Junge. Es ist wohlgeknackt. Nice, 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 nice. Jetzt ist ein Pool, Junge. Jetzt ist ein Pool. Das ist ein Pool, Daniel. The run of your life, Baby. The run of your life. Ja. Das war... Nein. 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 Das ist die Schorde. Aber kleine 12,000 Bunker. Schlecht. Oh, fuck. Oh, ey. Scheiße. Ah, es ist nichts. Schneemann, Boy. Wie geht's jetzt los? Boy. Schneemann, Boy. Bye. Ah, na. Wo häng ich? Ich seh mich nicht. Oh, nein. Das war traurig. Okay. Ich muss einfach mal ein kurzes Run-Ever machen. Ja. Warte, ich bremse einfach. Kurzes Run-Ever. Weltrekord. Echt? Okay. Ja, vielleicht kriegst du noch von außen. Ja, Guinness, Buch der Weltrekorder, bitte. Nein! Lauf zu, Boy. Gott, wenn du immer hängen bleibst, dann hol die Kugel dich aber derber auf. Na, na, na. Oh, hey. Nein! Ha, ha, ha! Nein! Also, die Kugel ist so knalltenlos. Ja, klar. Lass doch mal den ordentlichen Schneemann in Ruhe. Was bist du für Schneemann-Rassist? Hm, Schneemann-Rassist. Du bist doch sehr neidisch, dass ich so einen coolen Zylinder habe und du nur ein fettes Etwas bist. Stick Mist, Stick Müll. Das ist schon jetzt, ne? Alter, hör doch mal auf! Ich glaube, das endet sich ja auch ein bisschen. Oh Gott! Schau, ich war gleich mal, dass du so flaches Grünes Paket einst als auch. Oh, 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 oh. Oh, der Degge kommt, der Degge kommt, der Degge kommt. Lauf, Junge! So, schau, schnell und du kannst relativ schlecht vorausschauen, ne? Ja, und vor allen Dingen, wenn die Kugel dich einmal ein bisschen eingeholt hat, dann kommst du nicht mehr weg, halt. Ja. Okay, eine Runde machen wir doch, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall schöne Weihnachtsfeier-Torge, meine lieben Freunde, ne? Also, genießt es auch mal ein bissl. Die stille Zeit. Chillt mal ein bissl. Schaut mal ein bisschen rum. Chillt eure Nuggets. Chillt eure Nuggets. Ja. Big Nuggets chillen. Dieses Lehrer macht auch ein bisschen abhängig, oder? Bissl ja, man hat schon ein bisschen so das Gefühl so, ja, noch ein Run. Noch ein Run. Noch ein Run. Da kann man da auch nicht mal anfangen, oder? Ne, ist einfach so. Und hier vielleicht, für die Leute, die dieses Spiel angucken, ja, ääähäähäähähääh! Einmal ich noch. Ääh, es gibt noch sicherlich das ein oder andere, ah, verdammt! Das ein oder andere Weihnachtsgame hier auf dem Kanal, was wir vorstellen. Also bleibt einfach dran oder guckt einfach auf die Alter hat mich gerade erwischt die Kugel, hast du gesehen? Ja. Die ist vorbei gerollt. Ähm, guckt einfach mal rein. Ja, das ist ja gerollt, das gilt ja trotzdem. Gibt einige. Und ich denke auch für euch ist da was dabei. Ja, es ist für jeden was dabei. Wir haben Rock am Start. Wir haben chillische Spiele, wo die Geschenke abliefern muss am Start. Wir haben hier vor Kugeln wegrennen am Start. Wir haben Wiggeplay am Start. Sogar ein Battle Royale. Sehr, sehr lustig mit vielen, ähm, so braunen Leuten aus aller Welt. Kann man tatsächlich so sagen. Auch geiles Ding. Ja, international, Junge. Wir haben da ein bisschen, äh, Wintercrafting dabei. Ja, wo ihr immer überleben müsst in der Winterwelt. Ja, ganz ehrlich zu sehen, Leute. Könnt ihr euch auf jeden Fall, könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Es wird eine bunte Mischung. Die ganze Sache. Es lohnt sich. Schöne Weihnachtszeit. Für jeden was dabei. Und ich hoffe, ihr habt dann auch zu den verschiedenen Adventstagen und so immer was anzugucken. Alles im weihnachtlichen Stil. Richtig. Lalalala. Lalalalala. Lalalalala. Ach, vor... Ich muss doch langsam unten sein, dann, Boy. Verdammt. Ich muss doch nicht. Nein. Der hat das 5.000 Punkte bis dahin. Der hat ganze Knick und der hat jeder der Weine. Gib mir das Geschenk. Dauerschleifemusik. Nein, 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 nein. HAAA! HAAA! Bist du so schön in der Decke gekommen und dann... Alter, kam doch ein Stein. Und dann das. HAAA! Liebe Freunde, was soll's. Tja, wenn euch auf alle Fälle diese ganze Serie gefällt mit diesen ganzen Winterspielen, ihr vielleicht auch Bock auf dieses Spiel bekommen habt. Holiday Escape. Könnt runterladen auf Steam. HAAA! Dann lasst es uns wissen. Bleibt hier auf dem Kanal. Lasst ein Abo da. Einen Like. Einen Kommentar zur Winterzeit. Und, äh, schreibt ein, wie ihr über die ganzen Weihnachtsfeiertage, was ihr so gemacht habt, was ihr machen wollt, was passiert ist. Wird uns interessieren. Und ich renne der Weile noch ein bisschen bei Krono und der Orle, die macht die restliche Abmoderation. HAAA! Ciao, Jungs! Das ist genau. Schreibt mal ein, ob ihr es geschafft habt. Vielleicht mehr Punkte zu haben. Allzu gute Führungspfragen. 12.000 Gills knacken bis jetzt. Äh, ja. Schreibt mal ein, ob ihr es geschafft habt. HAAA! Geweißfoto, ne? Wir wollen schon ein Geweißfoto haben, Leute. Lasst auf jeden Fall eine Weihnachtskugel da. Vorgeschenke. besinnliche Weihnachtszeit. Genießt die Zeit auf jeden Fall. Und bleibt uns gut. Bis zum nächsten Mal. Mit einem. Ja, dann rollen wir doch eine, Junge. Wie dass wir unsolausayo haben. Ja. Ja. Also auf jeden Fall.